Wir haben auch Hype, Junge. Können wir für die Folge hin? Du wolltest, du bleibst, Bruder. Es ist nicht meine schon. Meine Nachbarin, die schaut jetzt, glaube ich, auch zu, hat mir geschrieben, dass sie sich seit zwei Wochen darauf freut, dass du in der Sendung bist. Ooooooh, was soll, was soll, was soll, was soll? Seitdem ich das gesagt habe, seitdem sagt sie doch. Der Bruder, der hat sich freigenommen. Wallah süß. Das ist sehr süß, Bruder. Wallah süß, Bruder. Nachbar. Ich sag ihr liebe Grüße, Bruder. Schöne Grüße. Liebe Grüße. Irgendeine Frau. Schau, die schreibt alle. Bleib, bleib, weissel, bleib, bleib. Hau mal den nächsten Song rein. Weissel, bleib. Umut Capone. Wir haben Umut Capone mit Sengel. Sengel. Bengel. Du bist ein Bengel. Blockfilm. Schwör, du bist eine F cambi인 bump notes. Wir sind glaubst es nicht unterwegs. Wir sind nicht einmal für zig. Wir sind nicht Leute. Skrank frater Teil wirklich? Wir sind persönlich überlegt sie, ich meine Freunde. verkaufen können, das meine ich damit. Aber dann, wo er mit Deutsch gemixt hat, wird das tippe mit Bilderschein. Ich kann dazu nichts sagen. Sanke Dünagi, die haben noch. Okay, was sagt ihr? Weiterhören oder der Strat? Nicht allein, nicht allein. Wallah, nicht Dünagi, die haben noch. Egal. Es ist ein bisschen laut gerade wieder. Es ist ein bisschen so wie Dings. Wie hießen die drei, die am Wasser gesungen haben? Gruppe Deccan. Gruppe Deccan. Ja, ich auch nicht. Aber die hatten tausendmal mehr Hype als der. Soll ich drehen oder was? Deccan mit Beißang. Wir gehen in 20 Sekunden. Ich hab den Huck noch. Ich hab die Huck aber noch gar nicht gehört oder... Ich hab einen kringigen Zeit-Fakt gesehen gerade. Er heißt Umut Kapone. Also richtig Kapone so wie ist. Soll ich mich mal. Ich hab einen, einen... Ich hab über die Huck noch gar nicht gehört oder? Ich hab einen ... Ich hab einen ... Wir haben einen kringigen Zeit-Fakt gesehen gerade. Er heißt Umut Kapone. Also richtig Kapone so weißt. Ich mein so, da passt eher Mascarpone. Was sagst du? Serco, Loyalität. Wir haben Serco mit Loyalität. Wir haben Müll. Was meinst du denn zu diesen Dings? Das was du gesagt hast, die Schreibweise von den Doppelräimen, war wirklich schön. War wirklich gut, aber ich find zum Beispiel, der macht das genauso wie ich. Wenn ich selber was auf Türkisch mache, find ich, dass ich mich immer mit dem Akzent anhöre. Ich bin nie aufgewachsen, weißt du? Bei dem hört man das auch aus und es ist dann nicht so flüssig. So, ich mag das nicht, ich weiß nicht. Ich kann mir Türkische Musik nur von Leuten anhören, die das wirklich flüssig sprechen. Vielleicht hat er doch gar nicht geschrieben, wer weiß. Ja. Nee. Der war nix. Bruder, das Rad hat schon längst entschieden. Wir haben Serco mit Loyalität. Serco. Okay. Okay, Serkan. Warte, ist das der Serkan? Nein. Ich hab ihn so getauft gerade. Oder weißt du, wie viele Serkanze, Serkos es gibt, oder? Ich blick mein Leben. Ich blicke von unten nach oben. Reib schwarz, fühl mich unter Drogen. Zu oft hast du wieder gelogen. Hoffe, du wirst irgendwann genauso betrogen. Hä? Was war das denn? Mach da was zurück, mach da was zurück. Was war? Was war das? Ich hab nicht hingekommen. Ja, ja, hör mal so. Ich blicke von unten nach oben. Red schwarz, fühl mich unter Drogen. Zu oft hast du wieder gelogen. Hoffe, du wirst irgendwann genauso betrogen. Hä? Ich fühl mich frei, genauso wie im Paradies. Hä? Ich bin ein Schokstarre, ich kann mich nicht bewegen, ich, 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 ich. Serkan, Serkan, sag mal dir, ich bin ein Schokstarre, ich bin ein Schokstarre. Ich bin ein Schokstarre, ich bin ein Schokstarre, ich bin ein Schokstarre. Ein Haus für Mama, das hast du vor 15 Jahren gesagt, Alter, die kommen heute damit. Wir haben Wolfi und wieder Mama. Ich wollte es dir am Anfang selber geben, aber ich wusste nicht, ob du so weit bist. Ich bin jetzt soweit, kurz vor dem Ende. Du, da hört dir das an. Vergiss nicht die Kopfhörer, oder? Wolfi. Der Song heißt Mama. Wolfi, lad. Okay. Ich erwarte, okay. Jeden Tag denke ich dran, was ich für Fehler mache. Ich will doch nur, dass meine Mama lächelt jeden Tag. Doch nicht so einfach, die Vergangenheit war wirklich hart. Und war dem Aufgeben kürzlich nah. Denk drüber nach, Tag für Tag passierte schon viel. Um zu vergessen, ging ich zu wem der Otti. War da süß. Eine Gun, die mein Vater mir am Kopf fiel. Mama wollte ausbrechen, so wie Michael Schofield. Er sieht ein bisschen aus wie Gennd, glaube ich. Mama wollte, Mama wollte, also ich meine, jetzt hast du... Aber Mama wollte ausbrechen, so wie Michael Schofield. Aber vielleicht, wer weiß ja, wer weiß ja, was mit ihr war oder so. Bruder, ich bitte dich. Vielleicht war sie ja krank. Ich bitte dich, Bro. Gott behüte, Bruder. Gott behüte. Das ästhetische Bild, Mama wollte ausbrechen, wie Michael Schofield. Bruder. Ganz körperlich tatu. Aber wer ist Michael Schofield? Der vom Prison Break. Ach so. Bruder, ich fäng doch mal Leben. Aus Ästhetik her, aus Schöpfung. Ja, der Rhyme, der Vergleich war scheiße, man. Aber Mama, ey, Mama keine Punchneins, Bruder. Ja, Bruder. Ich küss doch sein Herz. Ich küss doch sein Herz. Man will nicht Assi sein. Ich will nicht, aber... Bruder, weißt du, ich fühle mich immer so Haram bei Tracks, die Mama heißen, so meine ehrliche Meinung zu sagen. Ja, weil... Aber es ist vielleicht... Bruder, es ist Alp, ja. Bruder, wer weiß, Bruder, was mit ist. Aber was sollen wir auch wissen, Bruder? So. Man will nichts sagen, aber so... Man will nichts sagen, aber so... So. Okay. Was sagen wir weiter? Ein bisschen mehr Mühe geben für die Mutter. Drehen, drehen. Drehen. Okay. Ist es safe, nice? Ich hab mal. Okay. Das ist leider fast nice, aber ein ganz klarer Fall von Saakum. Dankeschön. So, wir haben Skiller 199, kein Zurück. Jetzt bin ich gespannt, er muss es rausholen. Bruder, man muss sagen, von Newcomern war es echt Chirp heute. Heute, ja. Aber das Ereel war sehr Chirphaft. War keiner dabei, ne? Ne. Müll. Schöne Gitarre. Und von Slice gedownloadet. Guck mal, jetzt? Ja, bestimmt. Ich weiß, dass du für immer weg bist, aber vielleicht habt ihr da oben sowas wie eine Tracklist. Pack diesen Song rein, er ist sowas wie ein Geschenk. Ja, Mama, ich weiß, dass es damals nicht leicht war. Feierabend, wie das duftet. Ich kann es auch um ihn zu vergessen. Kannst du nun masken? Bruder, ich küss seine Ohrmuschel. Bruder, kein Zurück. Dieses Lied sollte eigentlich heißen, kein Glück. Was haben wir hier? Wer ist das? Wir haben Habir mit dem Track Symphonie. Wie Habir? Jungs, letzte zwölf Minuten. Das sind doch, das sind doch, Habir, ist das nicht hier aus Schweiz? Bruder, nur go twice. Weißt du was? Okay. Wild? Ich kann es nicht mehr sehen, Lala. Vor Autos, Bruder. Vor Autos rappen. Ich sah die anderen Kinder und wollte zu sein wie sie. Die hatten Ruhm, doch vielleicht hab ich es nicht verdient. Ich hab alles miterlebt, das ganze Leid. Für mich war es wie die jahrelange Fastenzeit. Schnell jetzt, Bruder. Ich will jemandem Chance geben, Bruder. Mach mal ganz schnell weiter. Die verschwinden ihr Geld. Ich schraube meine Mutter, Bruder. So, wir haben Jamo 4, 5 Dämonen. Deutschrap grüßen, Mann. Jede Woche neue Rapper kommen raus, so wie Löwenzahn. Okay, Jungs. Das ist ja auch ein paar Menschen. Ich blick aus dem Fenster, bin verwirrt im Studio, muss mich konzentrieren. Guck auf die Uhr, es ist halb vier und die Gedanken eskalieren. Die Geister, die mich jagen, ja, sie rufen meinen Namen, kann seit Tagen nicht mehr schlafen. Nur die Technik, die sich ahnen in meinem Kopf so viele Fagen. Dein Kopf tot so wie mein Magen. Ich glaub, ich krieg eine Schamme, sagt, auf was soll ich noch warten? Ich blick auf meine Namen, sie sind kalt, noch wie der Mond. Und der Fass, sei meinen Namen, wird hier auf dem Mond. Ich glaub, sie kommen mit mich hohen, werde gejagt. Wo der in Ketten war, Bruder. Ja, ja, das war echt krass. Ja, Bruder, der hat sich selber angekettet. Hast du gerade gesehen, in Ketten? Ja. Na, das war so. In Ketten, aber auch Rolex an. Bruder, er sieht aus wie Dings, wie Sinan, auf der vier Fasse. Der wollte auch Dings machen, äh, Tupac. Ja, ja. Schau, so Dings. Aber, Bruder, lass uns mal diese Fassage bitte nicht wieder. Das ist, äh. Sag mir, wird es nicht lohnt? Ja, die Sonnen sind zu groß. Ja, sie haben mich geholt. Sie lassen mich nicht los. Lieber Gott, ist der los. Ach, schützt mich vor dem Tod. Bro, ich küsse doch seinen besessenen Nacken. Ich küsse sein, von Scheiß, besessenen Sertan. Ey, lass uns den, wir rein, mal rein. Universal, Universal. Universal, du ruf dein Bruder an. Ey, ist bereit für euch. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wer hat das Video gemacht? Wer hat das Video gemacht? Roman, noch ein irgendwas. Roman Rohrmacher. Lass mal ihn finden und ficken. Gib, zeig dir mal diese Stelle bitte. Roman Rohrmacher. Bruder, Roman, ich ficken dich. Sag mal nochmal. Alle höchsten. Ich weiß, was er meint, Bruder, aber das ist ja nicht gut, Bruder. Das Ding ist, die Idee war nice. In alle Löschungen, Bruder. Ich küsse dein besessenes Herz. Man denkt, er hat Fett aus Bildern, Tollette. Bruder, hör mal auf damit, Alter. Das ist, wenn... Bruder, ich werde mit dir der Jürgen keine Ahnung dafür. Das ist alles diese Kamera. Ja, ich habe nichts dafür. Der Junge ist eigentlich gut. Aber kann ich euch eine Sache sagen? Die haben ihn in Filme gebracht. Kennst du, Bruder? Die Kamera machen, die Leute vernichten, Bruder. Diese Szene war für mich... Ich mache so eine erdrische Fantasie aus. Wenn Jessica Erdbeer gebrochen hat, aber du kommst... Fantasie. Bruder, komm, jetzt mal mehr oder her. Kennst du, die haben ihn so gepusht. Glaub mir, Bruder, das war so. Jungs, der so. Wala und so. Mach mal einmal so. Jungs, fickt nicht, fickt nicht. Jamo, fickt Roman. Er hat das wieder gedreht. Roman, Alter. Wir haben Juice 45 mit Goat. Okay. Ansage auf jeden Fall. Sehr nice. Okay. Der war gut. Der war gut. Er ist korrekt. Der Junge ist heiß. Der ist ein Chat-Support. Juice, Bruder. Achso, okay. Kennst du den schon? Das ist ein Angebot, ja. Au, pop, pop, pop. Wer war das nochmal? Ist das der? Achso, der Kleine da. Ich weiß nicht mehr. Ich erinnere mich da auch nicht ganz. Doch, der Kleine da, der nur eine Minute Video hatte. Ist das der? Ja, ja. Der Junge ist bald, Bro. Der Junge ist bald, Bro. Der Junge ist bald, Bro. Goat. Fühl mich im Game wie ein Bro. Rappers, die finden mich doch. Ich fühl mir die Chance einfach so aus. Goat. Goat. Droh. Der Junge ist bald, Bro. Keine mit Brüdern als Bro. Der Junge ist bald, Bro. Ich hab mir die Status verdient. Die Mokke ist so aggressiv. Bin das Original, ich kopie. Sag mir, wer will mit mir bieb. Bruder. Du schachst an mein Geht nach dem Stil. Mach es dein Beef zu dem Spiel. Denn er ist nicht ready für Krieg. Ready für Krieg. Just ich bin sauer und da, don't cheese. Oh, nice scene. Pass auf die Storz, denken sich dann bei Verhältn von Police. Alles nur Blender mit zwei Gesichtern. Just bleibt Legende und das wie immer. Sie wollen mich stoppen, doch sie kann uns ändern. Dreh mir halt, Tippe, doch wer behindert. Mokke feiert sich schon wieder. Sie scheinen diese bunten Schnurlila. Jeder auf einmal ein Ida. Wir sind wieder und wieder. Legende wie Alkis bei FIFA. Bei Fetzer reichst nicht mal nicht nieder. Bei die geht's mehr Kaffee schiefahren. Red nicht von Kunden beliefern. Go, go, fühl mich im Game wie ein Bro. Rappers, sie finden mich dope. Ich fühl mir die Chars einfach so. Go, go, trauen und die Jungs Lennoe. Keine mit Brüdern als Bro. Keine der Jungs bei Bro. Go, go, fühl mich im Game wie ein Bro. Rappers, sie finden mich dope. Ich fühl mir die Chars einfach so. Go, go, trauen und die Jungs Lennoe. Der Junge ist heiß, man. Keine mit Brüdern als Bro. Keine der Jungs bei Bro. Go, go, wird Legende a la Figo. Go, go, bin fokussiert und jagt die Mio. Go, go, keiner von euch auf meinem Niveau. Go, go, platte in Platten in meinem Studio. Platte, Platten für mein Team. Just machen weiter Musik. Aber bitte dir ein Beast. Auf diesen Beat und die Fenster verliebt. Legende wie Sonny Montana. Hass ist für Mutter und Vater. Schwester, die labern und labern. Sami, bewahren sie damals. Um mich rum ist zu viel Drama. Betest du Gott, wie mein Karma. Die Aktie ist dick wegen Straftat. Die Waffe, die Waffe ist scharf, Mann. Zwingen Deutschrap in die Knie. Er hat nen Sick, dir und nicht verliebt. Bruder, weißt du, was das Ding bei ihm ist? Ich glaube, er ist übertrieben jung. Alles war gut bis zu diesem Zeitpunkt. Genau, erster Part und Hook. Übertrieben krass. Es ist zu lang. Es hat sich zu krass in die Länge gezogen. Das ist so, das meine ich schon schneller im Studio. Aber der war krass, Bruder. Wie wird der geschrieben? Wie wird der geschrieben? Der war aber nice, Bruder. Den kannst du ruhig mal Chat-Support geben. Ja, safe. Ich kann mal sagen, was man will. Pop Smoke und dieser Style und so. Aber er hat es einfach fett gemacht. Er ist auch sehr jung und für sein Alter finde ich das sehr gut. Wenn er noch was erlebt und mehr zu erzählen hat, kann man... Der letzte Song, Bruder. Okay, der letzte Song. Definitiv. Der letzte Song, dann sieh raus. Ich seh, die Toleranzgrenze von Wazeel ist hier vorbei. Bruder, ich küss dein Herz, dass du so lange da warst, Bruder. Das war cringe. Okay, ich würd direkt weitermachen und direkt noch einzeigen. Ja, ja. Weil das hört sich mir nach... Mach deinen Scheiß weg, Bruder. Bitte, Alter. Nein, 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 nein. Er hat kein Wort gesagt. Wir haben ihn gefickt. Weil er, wenn er gut ist, schon auch zu rappen. Ich bin nicht mehr da, wenn ihr missgeboten seid. Wenn er... Mann, ey. Weil ihr missgeboten seid. Bruder, das ist der letzte. Ob der gut ist oder nicht, Wallah, ist egal. Das ist der letzte. Okay. Ob der gut ist oder nicht. Das sieht schon mal sehr krass aus, die Animation. Lampo, Lampo. Wollt schon sein. Cringe. Wow. Deine Nase ist verstopft. Ich schwöre Rap nicht schlecht. Ich schwöre Rap nicht schlecht. Rap nicht schlecht. Ist okay gewesen. Auf jeden Fall. Ist okay. Also ihr könnt den Hac geben, auf jeden Fall. Wo ich angefangen habe, nach sechs Monaten, habe ich auch genauso gerappt. Ihr habt den Gif. Okay. Letzter. Was soll ich sagen, Bruder? Das ist ein ganz klarer Fahrt. Was ist das, wenn man hier landet? Dann müssen wir den Chat Support kriegen. Aber wir haben ja auch nur 20 Sekunden. Ja, Chat Support? Okay, dann machen wir Nummer 9. Dicke, du hast Chat Support getroffen. Das ist schon wild, Alter. Er wird sich überfallen. Das ist der, das ist der Ding. Also auf jeden Fall kannst du dich bei mir bedanken. Ich habe dir nur noch mehr gegeben. Bruder. Ihr habt den Chat Support. Und an der Stelle, Leute, war es das mit dem Stream. Ich hoffe, es hat euch...